Sekuriton, Sekurisens ADW 535 Sekuriton beschäftigt sich seit über 60 Jahren mit der Branddetektion in Bereichen, wo herkömmliche Brandmeldung an ihre physikalischen Grenzen stößt. Hier beginnt auch das Einsatzgebiet des neuen linienförmigen Wärmemelders Sekurisens ADW 535. Brandmeldung da, wo nichts mehr geht, war schon immer die Spezialität von Sekuriton. Das Funktionsprinzip ist simpel und robust. Im zu überwachenden Raum werden luftgefüllte Fühlerrohre verlegt. Steigt die Temperatur, steigt auch der Druck im geschlossenen Fühlerrohr. Ein elektronischer Drucksensor misst diesen Druck und die Auswertelektronik vergleicht ihn laufend mit den Alarmkriterien und löst blitzschnell einen Alarm aus, wenn diese Grenze überschritten wird. Als Fühlerrohr wird normalerweise ein dünnes Kupferrohr eingesetzt. Wenn es die Umgebungsbedingungen erfordern, kann dieses auch aus Edelstahl oder Teflon gefertigt werden. Es gibt kaum Umgebungsbedingungen, wo das Fühlerrohr nicht eingesetzt werden kann. So kann man es sogar durch Exzonen hindurchführen. Eine vollautomatische Fühlerrohrüberwachung erkennt jeden noch so unwahrscheinlichen Fehler. Bei Verdacht auf ein Leck sowie in festgelegten Intervallen erzeugt eine Überwachungseinrichtung einen definierten Überdruck im Fühlerrohr. Weicht der gemessene Druckanstieg vom gespeicherten Normwert ab, meldet der Rechner umgehend eine Störung. Das Ansprechverhalten kann in weiten Bereichen eingestellt werden. ADW 535 ist einer der schnellsten linienförmigen Wärmemelder weltweit und erfüllt auch die EN 5422. Der intelligente Alarmalgorithmus DHW, Dynamic Heatwatch, sorgt beim ADW 535 dafür, dass ein durch Umgebungsbedingungen verursachter schneller Temperaturanstieg nicht zu einem ungewollten Alarm führt. Zuerst wird der Druckgradient betrachtet. Überschreitet die Anstiegsgeschwindigkeit des Druckes den eingestellten Grenzwert DIV-Alarmschwelle, wird die Verzögerungszeit gestartet. Bleibt dieser Grenzwert während der definierten Zeit überschritten, wird der Alarmverifikationsalgorithmus gestartet. In einem zweiten Schritt wird erwartet, dass der Druck um den Wert Alarmverifikation zunimmt. Trifft dies zu, handelt es sich um ein Feuer. Der Alarm wird ausgelöst. Verstreicht die Alarmverifikationszeit, ohne dass die erwartete Druckzunahme aufgetreten ist, handelt es sich lediglich um eine Störgröße. Am Beispiel einer Laderampe kann dies gut erläutert werden. Das Fühlerrohr ist unter dem Dach auf der Außenseite der Laderampe installiert. Wenn im Winter ein großes Tor geöffnet wird, gelangt ein Schwall warmer Luft zum Fühlerrohr und erzeugt einen schnellen Druckanstieg. Da der Luftschwall aber schnell wieder verschwindet, geht der gemessene Druck wieder zurück, sodass die Alarmverifikationszeit ungenutzt abläuft. Es wird kein Brandalarm ausgelöst. Möchten Sie die Überwachungsdaten aufzeichnen und auswerten? Dann setzen Sie mit dem optionalen Speichermodul umfangreiche Langzeitdatenaufzeichnungen direkt auf eine SD-Karte und werten die Daten anschließend am PC aus. Securisens ADW-535 kommuniziert zudem automatisch mit übergeordneten Systemen. Verschiedene Schnittstellenprints ermöglichen eine Vernetzung mit Brandmelderzentralen oder Leitsystemen. An den Securisens ADW-535 lassen sich zwei Fühlerrohre anschließen, genannt Double Tube Technology. Dadurch lassen sich mit einer Auswerteeinheit bis zu 1600 Quadratmeter überwachen. Ob Tiefgaragen, Großküchen, Produktionsanlagen, Hochtemperaturanwendungen oder Tunnels. Gut kann man sich auf den linienförmigen Wärmemelder Securisens ADW-535 verlassen. So ist ein ausfallsicherer Betrieb selbst dann gewährleistet, wenn es rundherum richtig ungemütlich wird. Er ist damit uneingeschränkt an Orten einsetzbar, wo konventionelle Brandmelder längst überfordert wären. Das Software-Tool ADW-HeatCalc erlaubt die Planung der Sicherheitssysteme in einem sehr frühen Stadium. Das praktische Software-Tool ADW-Config unterstützt bei der Programmierung und bei der Instandhaltung des ADW-535. ADW-535, wenn Robustheit zählt. Weltweit von Prüfstellen bestätigt. Von Securiton.